Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, die nächste Reaction natürlich, wir gehen jetzt in die Charleston rein. Ich bin wirklich gespannt, was die beiden da abliefern, bis jetzt bin ich total begeistert von dieser Show, muss ich sagen, auch gerade bei den beiden. Also lasst die Dampf sprechen, diesen Kanal natürlich abonnieren, die Glocke zu betätigen, dass ihr natürlich immer nochmal die neuesten Reaction dazu noch mal zu Let's Dance nochmal bekommt. Also ich halte jetzt die Indruck kurz und wir schalten jetzt mal rein, genau was die beiden da abliefern. Freunde, also ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also Charleston, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch in den Tanzschulen genau unterrichtet wird oder nicht, muss ich sagen. Aber sehr, sehr stark, gefällt mir von den beiden auch sehr, sehr gut bis jetzt, muss ich sagen. Wir schauen jetzt mal weiter. Freunde, ihr könnt ja mal reinschreiben, genau wie ihr das findet, aber ich fand die beiden super stark. Also sehr, ganz, ganz klassisch, gucke die Show unheimlich gerne und das natürlich auch, muss ich sagen, wenn das so harmoniert. Schon das zweite Paar, wo ich sage, jetzt sagst du, krasse Scheiße, also definitiv mit den Favoriten kreist. Ihr könnt jetzt mal reinschreiben, was ihr natürlich denkt, wer euer Favorit ist oder nicht. Diesen Kanal natürlich abonnieren, die Glocke zu betätigen und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Reaction natürlich wieder hier, pünktlich wieder bei...